Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, ja, wer kommt drauf? Richtig, großer Aspekt, wow. Ich hab so eben übrigens schon wieder die falsche Begrüßung gesagt und... Ja. Alles Kacka! Warum ist denn hier was Grünes? Achso. Ähm. Überall hier erstmal das in Bord. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen neben der Spur heute. Keine Ahnung. Für das Wochenende muss ich halt produzieren. Weil heute ist Freitag. Und da geht die letzte Folge, die ich vorproduziert habe, leider raus. Der Scheib! Muss das leider sein. Hinn! Was ist denn mit halb so wild? So, hier stehen welche. Noch ein paar Häuser bauen. Ist auch immer ganz wichtig. Mein Kopf ist so seit gestern Abend leer. Ich hatte ja... Ne, das hab ich hier gar nicht erzählt, ne? Ich hatte gestern, war Donnerstag und heute ist Freitag. Gestern und heute Abschlussprüfung in der Theorie von der Ausbildung. Gestern fünf Arbeiten geschrieben. Er gibt dann... Einen Teil der Abschlussnote und heute vier Teile und mündliche Prüfung. Alles ausgequetscht und... Ach, anstrengend. Aber... Was macht man nicht halt alles, ne? Ist ja nicht schlimm. Ist ja nur einmal im Leben. Hoffentlich. Oh, wir sind hier schon am Rand. Das ist ja schön. Ja. Ey, du Schweinebacke. Ja. Warte mal kurz auf. So, danke. Grün. Hat auch schon zwei Dörfer. So, die müssen halt mal reichen. Be-be-b-b-be-b. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es zu laut ist. Das sag ich, glaub ich, immer wieder. Aber, äh, noch hat sich keiner beschwert. In den letzten Parts, deshalb lasse ich es einfach so, ne? Wenn es zu laut ist, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lese und beantworte jedes Kommentar. Ich versuche es jedenfalls. Also lesen tue ich jedes, aber beantworten bis jetzt auch. Ich nehme in letzter Zeit richtig viel auf, weil ich noch Urlaub habe und es ausnutzen will. Möchte. Entschuldigung. Möchte. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Aber jeder darf wussten. Jeder darf wussten. Wieso macht er denn hier nicht weiter? Baby, 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 baby. So. Ich glaube, die Truppen, die ich da habe, ey. kannst glatt das nächste Dörfchen angreifen. Haben die hier doch da ein bisschen. Aber nichts. Ich sehe gerade. Hier ist noch eine Mine. Die muss ich erst mal in Beschlag nehmen. Mache ich nur die Hälfte. Der Rest kann ja hier hin. Ach, was ist denn hier andauernd? Schön, dass er hier ein ganzes Dorf kaputt gemacht hat. Habt. Aber dann braucht ihr doch nicht andauernd hier runterkommen. Es ist nervig nämlich. Ihr könnt euch auch eigentlich mal richtig hinstellen, oder? Du kommst mal weiter hier hin und ihr stellt euch auch richtig hin. Oh, es nervt. Tei. Bittl del 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 del. Hier, wo ich nicht Holz brauche, ne, habe ich richtig wenig Holz. Und auf den Welten, wo ich viel Holz brauche, habe ich auch viel Holz, aber ich baue genauso viel Holzfäder, oder sehe ich das anders? Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Alles in die Kommentare, alles in die Kommentare. Die müssen immer wieder, was heißt mal wieder, die waren noch nie im Schwung, aber ordentlich in Schwung gebracht werden. Oh. 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 Ja, haben wir. Im nächsten Part bereite ich mich schon mal auf Spanien oder Dänemark. Ich glaube Spanien. Obwohl die mich noch gar nicht genervt haben hier. Aber vielleicht deswegen. Und vielleicht parallel dazu das hier. Die nervt mir nämlich schon in der Zeit. Und es ist schon wieder mega kalt hier, obwohl die Heizung an ist. Und ich heute noch gar nicht gefahren habe. Ich bin irgendwie so eine Frostbeule. Das geht gar nicht. Aber was soll's. Hier ist noch eine Gold. Ach ja, die habe ich ja sonst auch immer gesehen. Die könnten wir ja gleich mal. Hier so und... So und hier noch ein Ding hinbauen. Und dann Steine kloppen und Holz hacken und alles drunter und drüber. Und da ich gerade sehe, dass dieser Part schon wieder vorbei ist, dann guck dir doch einfach und in die Videobeschreibung dort ist. Ach hier, Twitter und Facebook verlinkt, ne? Lass einen Kommentar da. Ein Däumchen nach oben, wäre auch nicht schlecht. Ja, und äh... Ein Abo kostet nichts. Und lässt mich sehr freuen und erkennen, dass meine Videos geguckt werden. Deshalb einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Fahrrad. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.